Danach gebe ich gerade Pech gehabt, da wird er gerade gekauft. Wenn er so da kommen will, dann wird er gekauft. Er kann sich nicht aussuchen hier. Heute noch ein paar Spiele da reinschwitzen, Jungs, würde ich schon fühlen, sag ich euch ehrlich. Pechs haben wir jetzt fast vier Stunden durchgeballert, noch ein bisschen Gameplay. Auch an einem Toadie, sehe ich mich. Bisschen aufregen vorne, dass ein 8 Millionen mal nix trifft, sehe ich mich. Auf die Konfettikanone drücken, verlauter Wut. Ja, sehe ich mich. So, wir gehen rein, da sind wir uns einig. So, schnappen wir Tiger. Da ist er. Ja, zeig, ist ein frischer. Ja, ist er wahrscheinlich weg. Ist doch egal, hol mal neue, mach keinen Stress. Da bist du doch! Zack. Oh mein Gott. Erste Verpflichtung. Ist da. Jungs, einmal alle Mbappé begrüßen. Und weil du einfach ein Macher bist, gehst du jetzt auch in den Messi rein für 5,123. 5,123? Ja. War es ein frischer? Es war ein frischer. Da bist du doch. Da bist du doch. Da bist du doch. Chat, begrüße die Tigers. Begrüße die Tiger Boys. So. Also, ich räume erstmal hier alle Geringverdiener weg. Alle weg. Alle raus. Raus mit den Viechern. Muss bleiben. Raus mit den Viechern. Oh, Alter. Scheiße. Hab ich jetzt Bock auf die WL, Digga. Hab ich jetzt Bock auf diese WL. So. Oh. Wir haben mit Schwarz Bess gespielt, Digga. Guck mal, wie wir das machen. Ja, easy. Ja, der kann man erstmal vorne rein, ne? Ja. Jetzt kannst du das Ding einfach da hinstellen. Wen? Lewa gegen Macher tauschen. Ja. Ja. Und jetzt holen wir für hinten Davis, Play of the Month. Davis rein, genau. Und dann brauchen wir noch eine Defensive, ne? Ja, Eusel ist ein bisschen falsch halt, ne? Ja, der ist ein bisschen fehl am Platz. Aber ich sag's ja, Eusel hat da irgendwie keine Daseinsberechtigung. Oh, sag sowas dann. Aktuell. Den verkaufen wir gleich mal. Was macht unsere Transferliste? Ich stell einfach alles open. Ja, ein paar Sachen, dass wir jetzt noch ein paar Sachen draufstellen können. Ja, gut, das könnte man dann später noch machen. Ja, steht einfach alles drauf. Die wird sich ja eh wieder füllen, Jungs. SPC brauchen wir jetzt heute nicht mehr. SCN mit Lewa tauschen. Ach, hätte man dann wahrscheinlich schon... Ja, geht auch. Ich hab's gar nicht... Dank das? Ja, lang wegen Süle, jo. Achso, stimmt. Süle ist ja hinten. Ja. Und auch besser. Da kann man nämlich hinten Carlos lassen, der ist nämlich stärker. Ja, klar. Ja. Ja, klar. Dann kann Carlos nämlich hinten bleiben. Ja. Dann kann der Stinkstift wieder raus. Wir brauchen nur noch eine Defensive, der da ein bisschen noch was wegräumt. Barella war doch stark, ja. Aber dann kriegen wir jetzt... Ja. Nee, schade. Oder? Wir kriegen... Ja, andersherum ging's jetzt. So, so, und dann müssen wir halt wieder... Ja, aber so langt's nicht. So langt's auch. Für wen? Barella ist ja auch eine 10. Langt's dann noch für Lever? Ja, langt's auch. Achtung. Er langt auch. Warte, da stell ich mich grad mit der Sau dumm an, aber ich glaub, es langt. Es langt, Chad, ne? Ah, nee. Press auf eine 8. Könnt man halt so machen. Dann hat er doch Davis wieder rein. Fehlt ein Link, ja, ne? Aber dann Davis einfach hinten rein und gut ist, ist die Bär geschält. Ist ja doch wieder da. Fertig. Barella war gut. Dann, ähm, kann der hier erstmal mit. So, ne? Sieht ganz schick aus. Mäßig, ja. Äh, was gibt man hier Levi drauf? Was braucht denn der? Ach du Scheiße, hab ich Bock. Was braucht denn der, Chad? Engine sehe ich hier, oder? Engine ist gut, der braucht nur Tempo. Ey, was kriegt denn jetzt eine Engine, ne? Die Engine. Der braucht Engine, der braucht wieder seinen Maxi. Er war sogar schon auf der Empfehlung. Scheiße, vor dem hab ich ein bisschen Angst. Ach du Scheiße, wie geht der bitte ab? Und was braucht Messi? Braucht immer seine Handa eigentlich. Aber diesmal auch nicht, oder? Was kriegt ein Messi? Geht immer drauf? Ja, der braucht Tempo halt auch, ne? Was gibt mein Messi, Chad? Oh, die sieht gut aus. Geht drauf? Sieht schon gut aus, ne? Ah, Allah, fuck. So, Watscheli, ich tu jetzt mal alles drauf, ja. Dann tun wir uns noch hier einstellen, dann geht's rein. Ach du Scheiße, krankes Dads. Das sind wirklich... Ich bin gespannt. Wahrscheinlich kriegen wir richtig rutschen. Ich hatte schon wieder zu sehr gehypt jetzt wieder, ne? Ja. Das finde ich krank, ne? Das finde ich krass. Aber gut, dass du halt an der Tür auch gekämpft hast für Tisi, ne? Ja, Proski wollte mir Rolex, Geld, alles. Wollte mir alles geben. Du bist trotzdem hart geblieben. Ich hatte ja eine ganze Rolex. Die Pay2Win-Sau. Guck mal. Hat in Seedorf die Pay2Win-Sau. Das ist so glatt. Warum macht er sowas? Kommt er mit so einem Team. Essien fühlst du aber in dem reichen Team auch nicht so gut, sag ich dir, wie es ist. Könnt ihr jetzt mal auf den Todi, bitte, spielen? Stell dir mal vor, erster Kontakt, Fallrückzieher. Essien hat ganz schön Druck, ne? Hat immer noch keinen Todi. Ewe. Lewand Kolsky. Lang ist er. Der sieht ihn. Kann man auch mal annehmen, ne? Mach ich Messi noch keinen Vorwurf. Ich dachte, ein Todi macht das. Mach ich noch keinen Vorwurf. Stimmt, es könnte auch sein. Die haben euch die Lichtrunde allein gelassen, weil ihr ehrlich wart, wie viel Coins ihr verloren habt. Kann auch sein. Messi Kopfballstark, oder was? Äh, irgendwie abgeht. Zeig mal, was er kann. Zeig mal, was er kann. Kimbembe. Können sie immer nur nicht bezwingen. Ich weiß nicht. Ach du Scheiße. Wie ihr Umfeld. Zieh mal mit dem an. Kann nix. Scheiße. Messi Ballverlust. Ballverlust Toni Messi. Zieh mal. Zieh mal. Der kann nix, ne? Das Kartoffel, ne? Der kann gar nix. Der kann was. Ist das n Macher? Der muss n Macher, ne? Ist das Nema Toadie? Ja. Der No Toadie muss n Macher. Warra, ne? Tötet immer noch. Messi Toadie Schmutz war fehl drauf. EA, unser Toadie Messi ist kaputt. Hallo EA. Nimm mal einen Finesi. Sag mal was er kann. Der ist kaputt. Nix. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Aktuell kein Unterschied zum Macher zum Normale. Willst du sagen, der ist kaputt aktuell? Aktuell sag ich, hat er ganz schöne Getriebeschade. Die haben ein V8 geboten. Der ist ein geiler Pass. Levy? Levy kaputt. Ja. Scheiße. Ganz schöne Täuschung war das auf eBay Kleinanzeigen. Bei Levy höre ich so ein Rad an. Ich glaube der Motor, das ist einfach wirklich kein V8. Der läuft irgendwie unrund. Collins ist so stark. Ja, finde ich auch. Collins Toadie. Da merkt man wirklich den Toadie-Booster auch. Guck mal da bei dem Stinkstift. Guck mal, dass der es schafft. Scheiße. Was machen die denn, Chad? Gut, da musst du jetzt sehr viel machen. Eigentlich Parellator. Du kommst jetzt und zocken. Aber den Baby-Suppmann hinten ja hat. Ja, hat man schon gemerkt, dass es die gute war. Die waren jetzt schon viel stärker, oder? Nicht Betrieb gemacht gerade. Vor allem meine Halbzeit. Gut, vielleicht hast du auch in Messi-Diesel gedankt. Das kann sein. Guck mal gleich mal nach. Ich sag's mal so. Aktuell. Man of the Match war Hinde Collins. Toadie Collins. Toadie Collins und Toadie... Barella. Neymar und Barella. Die haben's geregelt. Je. Pay to Winzer, oder? Spielten Barella. Oh, Rutschgegange. Ich wollte mir auch mal die Chance lassen, weißt du? Scheiße. Also sag mich bis jetzt, ist Collins einer der Top-Innenverteidiger, die wir bis jetzt gezockt haben. Ich finde den wirklich geistesrank. Ja, ich auch. Der attackiert schön hoch, hat ein gutes Stellungsspiel, ist aggressiv, kriegt immer einen Schlappe rein. Fazit so kleines. Bis jetzt muss die Truppe sich noch ein bisschen beweisen. Ja? Ich bin nur nicht ganz da, die Truppe. Mbappé ist ein Wühler, aber 1 zu 6 Torschüsse ist halt auch ein bisschen schade. Ich meine, so ein schlechter Angriff hab ich jetzt grad nicht. Ja, vielleicht musst du da noch ein bisschen mehr reinpellen. Also ich sag mal so, am Angriff würde ich fast sagen, liegt's aktuell nicht. Warum ich da jetzt 6 Schüsse hab, da geht nur noch einer. Ja, aber an der Abwehr kann's auch nicht liegen. Eigentlich nur einen Torstoß zugelassen. Am Angriff liegt's. Und Neymar ist ein Macher. Digga, was war das für eine gute Freistoß-Taktik? Saugut. Warum trifft immer Neymar? Komm Messi da, der muss, der muss. Oh, stark gespielt. Lewand Golsky mit seinem Ersten, Digga. Stark gespielt, ja. Lewand Golsky mit seinem Ersten, Jungs. Messi, die Fliegenklatsche, hat mit der vorbeigeschossen. Bin kurz davor, hier drauf zu klatschen, auf der Basse für Leymar. Ja, hat ihn gemacht. Da rafft es wieder nichts, sehr gut. Ja, so sieht's aus, Moritz. Lewy müsst ihr ruhig machen, der ist frisch und muss eingefahren werden. Boah, Parella. Stark. Wichtig. Lewy warm gemacht. Ich glaub, Lewy ist da, Jungs. Ich glaub, da war ich nicht für 16 zu 2 Schüsse, Digga. Angriff stimmt. Angriff passt jetzt. Ja, auf Wohle raus. Noch ein bisschen justieren. Oh, 16 Schüsse? Ja, ein bisschen nachjustieren. Wie wenn Auto neue Reife, dann muss einfach Prüfstand, ne? Okay, okay. Ich hab euch nicht gedacht. Wir sehen uns noch an den Kommentar. Ja, ich hab euch nicht gefinigt. Los geht's mal kurz. Ich hab euch nicht gefinigt. Will ich ein paar Mal drinnen? Ich hab euch nicht gesehen.